Hallo, mein Name ist Philipp. Ich arbeite seit 2011 für DHL Express. Ich fliege eine Boeing 757 und bin außerdem Flottenchef auf dieser Flotte und somit verantwortlich für die Piloten auf dieser Flotte. Ich finde die Aviation-Tags eine sehr tolle Sache. Nicht nur, weil das Flutzeug in dem Sinne weiterlebt und man auch Teile vom Flutzeug wiederverwendet, aber vielmehr auch, weil ich genau dieses Flutzeug sehr oft geflogen bin. Ich habe viele tolle Erinnerungen an diesen Flieger, sei es, weil ich viele Destinationen in Europa angeflogen bin, wie zum Beispiel Malta, Barcelona, Madrid, Paris und viele, viele weitere. Aber auch eine sehr bestimmte Erinnerung, weil ich mit diesem Flugzeug das erste Mal durchstarten musste. Das war auf dem Flug nach Ljubljana und das Wetter war leider viel zu schlecht und wir konnten die Landebahn nicht sehen und ich durfte dann als junger Co-Pilot das erste Mal durchstarten. haha edges le messen Vielen Dank.